Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Dungeon Boss Guide von der Shadowlands Beta. In diesem Video dreht sich alles um den Endboss aus dem Dungeon Nebel von Tirna Skid und dabei handelt es sich um so eine große Made oder große Raupe mit dem Namen Treadover. Die erste Fähigkeit seht ihr hier nach wenigen Sekunden, das ist die Fähigkeit Säureausstoß. Auf alle Spieler prasselt so ein Säurebolt nieder, dem man letztendlich nur ausweichen und deutschen sollte. Nichts Besonderes, ehe er dann bei 70% sein Ultimate castet und das ist die Fähigkeit Verschlingen. Verschlingen ist ein Cast, der nicht kickbar ist und 14 Sekunden lang durchläuft. Gleichzeitig hat der Boss auf sich so ein Absorb Shield. Schafft man es in einer gewissen Zeit den entsprechenden Damage zu machen, kann man den Cast dann letztendlich kicken und die Fähigkeit sozusagen dann vorzeitig abbrechen. Schafft man es nicht, würde dieser Cast ganz normal 14 Sekunden durchlaufen. Der Cast macht in dem Sinne nicht viel. Zum einen erleiden alle Spieler alle 2 Sekunden x Schaden, je nach Schwierigkeitsgrad. Darüber hinaus, ihr seht es hier, werden auf dem Boden diese ganzen Flächen runtergeschossen, da logischerweise einfach nur ausweichen, nicht drinnen stehen, um einfach zusätzlichen Schaden rauszunehmen. Ja, hier schaffen wir es jetzt, das Absorb Shield zu brechen, konnten den Cast jetzt vorzeitig kicken und er geht dann wieder zurück in sozusagen die erste Phase. Dort castet er dann wieder den Säurebeschuss, dem einfach ausweichen wieder und die nächste Fähigkeit, die gleiche Relevanz haben wird, ist die Fähigkeit Beschleunigtes Ausbrüten. Bei der Fähigkeit Beschleunigtes Ausbrüten aktiviert er so Larven von dem Rand. Diese Larven sind nicht tankbar, sondern fokussieren sich auf random Spieler. Man sieht es hier mit dem Auge über dem Kopf, der Spieler ist fokussiert. Diese Larven machen halt logischerweise Schaden, Midi-Schaden, wenn sie den jeweiligen Spieler erreichen. Sollte eine Larve sterben, explodiert diese. Das heißt also, man sollte nicht unbedingt in ein paar Jats Range stehen, wenn so eine Larve hochgeht, um halt diesen Schaden dann zu erwänten. Ansonsten machen die kleinen Larven halt nicht viel. Wie gesagt, kiten, damage machen und dann ist die Fähigkeit auch letztendlich negiert. Bei 30% castet er sein Ultimate das zweite Mal. Ihr seht es hier, Verschlingen ist gerade wieder auf dem Boss aktiv. Parallel dazu ist das Fraß-Shield auf dem Boss ab. Schaffen wir es, dieses Fraß-Shield vorzeitig zu brechen. Können wir auch hier wieder den Cast kicken. Und wir müssen somit die 14 Sekunden, wo die Fähigkeit durchläuft, nicht komplett spielen. Hier hat man es gerade gesehen, haben wir es gerade nicht geschafft, weil zu diesem Zeitpunkt halt viele Ads aktiv gewesen sind. Und ja, da kann man sich halt nicht so auf diese Fähigkeit fokussieren, wie man es eigentlich sollte, sondern muss in dem Sinne auch bei verschiedenen Fähigkeiten handeln, was natürlich dann die Phase deutlich erschwert. Gerade auf höheren Keys wird man da vielleicht mit gewissen Timings arbeiten müssen. Das wird man sehen. Ja und die finale Fähigkeit, die noch Relevanz hat, ist hier, ja, so zwei Spieler werden mit so einem Link miteinander verbunden. Während die Spieler miteinander verbunden sind, erleiden sie alle x Sekunden Schaden. Zusätzlich erleidet der jeweilige Spieler den, ja, anderen, den Schaden, den ein Spieler erleidet, halt kopiert, auf sich drauf. Also das ist nochmal eine zusätzliche Fähigkeit, die die Sache erschwert. Man kann diesen Link brechen, indem man 40 Yards auseinanderläuft. Und dann ist auch diese Fähigkeit in dem Sinne gehandelt und mehr passiert auch nicht. Das sind alle Fähigkeiten, die dieser Boss kann. Ihr seht es hier, die beiden Spieler laufen gleich 40 Yards auseinander und brechen dann den Link. Oder auch nicht. Dann kommt wieder der Säurebeschuss, es spawnen wieder Larven und letztendlich dann nuken wir bei dem Boss die letzten Prozente runter und schaffen es auch, diesen Boss auf unsere Kill-Liste zu schreiben. Ja, im Endeffekt war das auch alles, was es zu diesem Fall zu sagen gilt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie man da aufruft, wenn euch der Content gefällt, lasst doch ein Follow da, gerne auch auf Twitch oder auf Insta. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye.